Moin, willkommen am Hamburger Hauptbahnhof, hier einmal etwas abseits in der Münzstraße. In weiten Teilen des Gebiets rund um den Hamburger Hauptbahnhof ist zurzeit eine Maskenpflicht und deshalb begrüße ich euch von hier am Gleisvorfeld. Ab heute gilt der neue Winterfahrplan. Die Bahn hatte angekündigt, dass dann etwa alle halbe Stunde ein ICE zwischen Hamburg und Berlin fährt und das wollen wir uns heute einmal ansehen. Morgens um 8.05 Uhr ist es im Dezember in Hamburg noch ziemlich dunkel, besonders an so einem trüben Tag wie an diesem 13. Dezember. Hier fährt ICE 1213 von Gleis 8 aus in Richtung Berlin-Südkreuz. Dezember in Richtung Berlin-Talk Am 8.34 Uhr fährt ICE 500 km. ab nach München Hauptbahnhof über Berlin. Wundert euch nicht, wenn ihr den Zug jetzt noch nicht seht. Er steht ganz am hinteren Teil des Bahnsteigs. Das Geräusch im Hintergrund stammt von diesem Mast. Hier wird der IC 396 nach Kopenhagen bereitgestellt. In Hamburg Hauptbahnhof werdet ihr es immer wieder erleben, dass mehrmals gesagt wird Vorsicht am Zug, bevor der Zug endgültig abfährt. Irgendwie hapert es bei einigen Leuten an der Disziplin. Und jetzt seht ihr, warum der ICE so weit hinten stand. Dieser Zug fährt über die Oberhafenstrecke. Gleis 8 ist das einzige Gleis, von dem Auszüge sowohl über Berliner Tor als auch über die Strecke am Oberhafen in Richtung Berlin fahren können. Auch bei den Sitzkorn. Ich bin jetzt auf dem Weg, wie das ist. Auch bei den Sitzkorn. Ich bin jetzt in der Sitzkorn. Ich bin jetzt in der Sitzkorn. Ich bin jetzt in der Sitzkorn. Die nächste Möglichkeit, nach Berlin zu fahren, gibt es dann schon rund eine Viertelstunde später. Um 9.52 Uhr fährt der Eurocity 379, der aus Kiel kommt, in Richtung Berlin und Prag. Gemütlicher Speisewagen. Gemütlicher Speisewagen. Um 9.11 Uhr soll der Intercity 2070 aus Berlin ankommen. Und da ist er auch schon, nur etwa zwei Minuten nach der erwarteten Zeit – und auch wieder mit einem Wagenzug der tschechischen Eisenbahn mit so einem gemütlichen Speisewagen. Es ist der erste Zug, der an diesem Morgen aus Berlin kommt. Er ist dort um 7.06 Uhr abgefahren. Um 9.37 Uhr fährt ICE 705 über Berlin nach München Hauptbahn. Und das ist der erste Zugangruf. Das ist der erste Zugangruf. Und das ist der erste Zugangruf. Untertitelung des ZDF, 2020 Insgesamt gibt es viele Fahrtmöglichkeiten. Zuerst haben wir einen Halbstundentakt, danach geht es allerdings mit einem Hinketakt weiter. Die Züge fahren meist etwa auf die Minuten 35 und 52. Aber immerhin, das sind zwei Züge pro Stunde. Und in jeder zweiten Stunde kommt noch der Eurocity nach Prag dazu. Insgesamt haben wir also fünf Abfahrten in zwei Stunden. Die Züge zwischen Hamburg und Berlin sind bisher oft ziemlich voll gewesen. Das wird sich nun entspannen. Und auch in der Richtung von Berlin nach Hamburg bietet der neue Fahrplan viele Vorteile. Wenn ihr aus Richtung Süden oder Osten in Berlin ankommt, gibt es viel mehr Möglichkeiten, nach Hamburg weiterzufahren, auch wenn euer Zug mal nicht pünktlich in Berlin angekommen ist. Die Züge Die Züge Planmäßig soll ICE 898 aus Berlin um 10.03 Uhr ankommen. Hier ist er anscheinend einige Minuten vor der Zeit in Hamburg Hauptbahnhof. Und damit sag ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal! Die Züge Alle Züge Die Züge Die Züge severely Alle Züge